Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Wusstet ihr, dass die Planeten euch Energie geben, sodass ihr dadurch aktiv sein könnt? Und wusstest du, dass du deinen eigenen Planeten hast? Denn bei deiner Geburt wurdest du mit deinem Geburtsplaneten verbunden. Im Leben können wir viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Vor allem müssen wir voreilige Entscheidungen und Aktionen vermeiden, die wir aus Wut oder anderen Emotionen fällen. Gehen wir aber besonnen vor und nutzen die energievollen Planetenaspekte, dann kann ein jeder von uns größere Ziele erreichen. Verhindere also Missgeschicke aufgrund unnötiger Hektik, Pannen oder Unfälle. Lass dir etwas einfallen und suche Lösungsmöglichkeiten in Krisensituationen. Spiele mit deinen Intuitionen. Suche das Gespräch mit den Menschen, um Konflikte zu klären und bewahre deine Ruhe. Und nun sagst du, das geht nicht, das schaffe ich nicht? Doch, du kannst es schaffen. Die Planeten, dein Planet, geben dir die nötigen Energien. Diese Energien sind göttlich. Aber du siehst und spürst es nicht? Okay, dann helfe ich dir. Du brauchst mich nur anzurufen. Ich stehe an deiner Seite und kann dir raten, was zu tun ist. Hab Vertrauen. Meine Telefonnummer siehst du unten eingeblendet. Ruf mich einfach an. Ich freue mich auf dich. In lichtvoller Liebe, Derea.